So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origins. Beim letzten Mal haben wir schon richtig viel erledigt gehabt und ich würde auch gerade weitermachen mit den Quests. Wie wir hier sehen, haben wir noch ein paar offen, die einen ein bisschen höher gelegt vom Level. Aber wir machen erstmal Hinterhalt im Tempel. Ich habe aber angenommen, als wir in diesen Tempel gelaufen sind. Warum es keinen Questgeber gab, frage ich mich auch. Naja. Wir gehen mal zum Priester Menehet am Tempel der Sachmet in Yammu. Wiedersehen. Friede sei mit dir, Menehet. Wie geht's der Familie? Die Kinder werden mit jeder Minute größer. Meine Frau und ich haben alle Hände voll zu tun. Und du? Gibt es was Neues zu... Nein. Ich vergesse mich. Es gibt so vieles in deinem Leben, worüber man besser nicht spricht. Vergib mir. Ich sehe an deiner Kleidung, dass du befördert wurdest. Ah, ja. Der hohe Priester in seiner Gnade machte mich zum Stellvertreter. Und er hat noch viel mehr als nur meinen Rang verändert. Du musst dir den Tempel ansehen. Bekomme ich eine Führung? Natürlich, natürlich. Wann immer dir danach zumute ist. Jetzt. Gib mir die Führung. Möchtest du jetzt eine Führung durch den Tempel? Nach dir, Menehet. Oder heißt es Diener der Göttin? Menehet reicht völlig. Schließlich gehörst du zur Familie. Das ist keine traurige Ruine mehr wie beim letzten Mal. Yammu veranstaltet jetzt regelmäßig Zeremonien, die unseren urigen Lebensstil zeigen und die viele Besucher mit mehr Gold als Verstand anlocken. Ah, diese Beschreibung passt auf jeden aus Alexandria. Ist das mit deinem Glauben vereinbar? Ich gebe zu, ich fühle mich nicht ganz wohl dabei. Oh, das ist das mit deinem Glauben vereinbar. Okay. Von einer Räuberbande überwältigt, ha? Lautlos wie Geister. Onkel Bayek, Onkel Bayek. Hallo, Onkel. Juwelen meines Lebens. Wieso seid ihr nicht bei eurer Mutter? Nimm mich hoch, Onkel Bayek. Wisst ihr, man muss einen Mann nicht von hinten angreifen, wenn man vier zu eins in der Überzahl ist, ha? Du hast doch gesagt, verschafft euch jeden möglichen Vorteil gegen einen gefährlichen Feind. Ja, ja, ja. Und ich bin besonders gefährlich. Versteckt euch, denn der Wanderer verfolgt eure Fährte. Okay. Ähm. Nummer Uno. Zwei. Oh, das sind ja alle. Ach, da wird's raus. Habt dich. Du hast mich. Jetzt versteckst du dich. Komm lieber hier weg, Naila. Du stehst doch den Priestern im Weg. So, wie kam der eigentlich aufs Dach? Oh, hochgeschmissen. Oh, okay. Ah, schon cool mit den ganzen Löchern in den, in den, in den, in den Wänden. Habt dich. Asena, du musst jetzt drunter hier. Von hier hat man einen wirklich guten Blick auf die Sterne. Nur die Priester dürfen sich hier aufhalten. Und das weißt du. Ja, aber ich wollte sehen. Bestie, gleich findest du ein Ende durch die Hand des Mächtes. Hey, hallo. Er ist doch tot. Alles, alles gut. Und hab dich. Was im Namen der Götter machst du da unten? Ich wollte mich verstecken, aber jetzt komm ich nicht mehr raus. Ich hab Angst. Super. Ganz ruhig. Ich helfe dir da raus. Ich geh da mal. Ähm. Hier sind Seile, aber ich kann sie nicht benutzen. Muss ich den irgendwie tragen oder so? Ah, da ist so ein Schriftstück. Hä? Richtig da raus? Kann ich dich nicht irgendwie tragen? Was sagen? Komm auf meinen Rücken. Ach. Ach, ich muss mir jetzt mal kommen. Danke, Onkel Bayek. Jetzt kommen bestimmt Krokodile. Das war das letzte Kind. Okay, oder auch nicht. Hätte mich nicht gewundert. Ich dachte jetzt gerade um, dass es episch ist mit einem Angriff oder so. Seht euch das an. Seht euch das an. Es gibt Betrüger auf eurem Markt. Und ihr sagt, ihr könnt nichts unternehmen? Mit den Marktgeschäften habe ich nichts zu tun. Sprecht mit dem betrügerischen Händler. Hm. Priester. Ihr seid ebenso falsch wie eure Mumien. Weil der das sich über den Tisch gezogen lassen hat. Manahed. Deine Brut ist wieder sicher zu Hause. Danke, mein Freund. Was wollte der von dir? Diese Besucher. Sie erwerben religiöse Objekte und sind verärgert, wenn es in unserem Dorf keine toten Katzen mehr zu kaufen gibt. Ich bin zwar kein Händler, aber die Betrogenen lassen ihren Ärger leider meistens an mir aus. Das schreit nach einer starken Hand. Ja, Mann. So, auf zum Händler. Wortschopper oder so. Manche Händler sind vielleicht bereit, über die falschen Relikte zu sprechen. Sie haben bereit zu sein, wenn ich komme. Das ist doch klar. Gucken wir doch mal. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Die Katzenlomien sind gefälscht. Spricht da. Spricht du. Ah. Sei gegrüßt. Ihr seid am richtigen Ort, Neb. Wir haben alles, was euer Herz begehrt. Was ich begehre, sind Informationen zu falschen Reliquien hier auf dem Markt. Ich kenne die Gerüchte, ja, aber da ist bestimmt nichts dran. Und nun geh, wenn du keinen Ärger willst. Oh, der hat mir gedroht. Erzähl mir etwas über die falschen Mumien. Ich möchte nichts mit dieser Sache zu tun haben. Manahit schickt mich. Dein Schweigen beleidigt sein heiliges Amt. Ähm, ich will weder ihn verärgern, noch die Götter. Man zwingt uns Waren von schlechter Qualität zu verkaufen. Sonst werden unsere Stände zerstört. Wer steckt dahinter? Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Trefft mich heute Nacht, wo das Dorf aufs Ackerland trifft. Okay. Let's go. Ja, da werden sie gezwungen. Sorry, nächste Attacke. Äh, 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 ups. Ähm, klare Fall von Erpressung oder so? Man hat halt auch ein bisschen früh rufen können. Erstmal, erstmal. Ein bisschen Acker zerstören. Was man halt so macht. Wenn man unterwegs ist. Nachts, wie warte ich jetzt? Ach, ich hab das nicht geskillt. Sonst hätte ich hier... Äh, Hinset und sich in die Zeit schneller vergehen zu lassen. Ach, okay. Ich weiß schon, was ich als nächstes skill. Äh, was mach ich jetzt, bis die Nacht kommt? Ähm. Wir gucken mal, was da hinten ist. Ist zwar ein Mist aber auch. Anders kann ich's nicht beeinflussen, ne? Ah, ich wusste, ich hätt's skillen sollen. Ich wusste's. Die Seite. Episches Pferd. Was ist hier dann? Oh, okay. Ich seh's schon. Ich würd sagen... Ah, okay. Ich würd sagen, wir machen nichts. Nö, nö, nö. Was seht ihr denn da rum? Was ist da denn los? Warum ist das so einsam? Oh, wie, du kannst da nicht hoch. Dankeschön. Hallo. Was? Ja. Oh, le. Oh, le. Hahaha. So, Sekunde. Nichts-Attacke. Hm. Okay, ab da wird's, glaub ich, sehr gefährlich, warum da hingehen. Wir könnten noch weiches Leder farm. Da ist ja irgendwie... Arbeitet, arbeitet, arbeitet. Okay. Keine Tiere in Aussicht. Hier, nächstes Scheiß. Ich würd mich auch nicht so weit von dem Punkt entfernen. Und ich möchte jetzt auch nicht nach, ähm... Hier zur, zur... Ah, zu der einen, wo wir hin sollten. In dieses ägyptisch-griechische Gebiet. Ja, ich glaub, das ist einfach blöd, der Wüste entlang, ne? Das ist jetzt auch nicht so Sinn und Zweck. Gibt's hier noch irgendwo Tiere? Ja. Gut, gut. Ah, okay, okay, okay. Okay. On point. On point. Hallo. Also mein Aim... ...ist nicht gut. Boom. Aber noch ein bisschen kaputt. Ruhig, ruhig, ruhig. Ausgelöscht und jetzt gucken. Hier... ...mach ich auch nicht so. Hey. Komm her, komm her, komm her. Erledigt. Erledigt. Oh. Hab dich. Komm her, mit dem Leder. Komm. ...mach ich auch was, oder? Mein Pfeilzeug, okay. Ohohohohoho. Ausgelöscht. Das sind noch mehr süße Tiere. Da. Ich glaub... ...das war's so ziemlich. Und wir können irgendwas verbessern. Ah. ...natürlich. Sehr schön. Da. Dich hab ich doch gesehen. Gibt weiches Leder, danke. Aber lang dauert es, bis es nacht wird. Hallo. Okay. Neu getroffen. Hahaha. Hahaha. So, aber ich glaube... ...ich werde da erstmal hingehen. ...und dann werde ich einfach einen Cut machen. Dann müsst ihr nicht so ewig warten. Ja, ich mach auf jeden Fall einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, meine lieben Freunde. Hier sind wir wieder. Wir haben mittlerweile Stube 11 erreicht. Und ich skille das hier. Wir lassen Zeit vergehen. Und kamen wir uns hier hin. Hat doch lang genug gedauert. Das Problem ist, es wurde halt einfach nicht nacht. Aber schnell Level 11 zu bekommen, als... ...warten bis es nacht wird. Mein Freund. Schön, dass du unsere Verabredung einhalten konntest. Komm, setz dich zu mir und trink einen Schluck Wein. Dafür habe ich keine Zeit. Es ist eine so schöne Nacht. Lass uns doch einen Moment die kühle Luft genießen, bevor wir übers Geschäft reden. Händler, ich bin nicht wegen der Luft hier. Wer steckt hinter den gefälschten Reliquien? Nun, weißt du, das ist nicht ganz so einfach. Es sind so viele verstrickt in diese furchtbare Sache. Aber sie würden alle dasselbe sagen. Bedauert den Leichtgläubigen. Denn ihn erwartet großer Schmerz. Ich wusste... Ja. Ups. Aber ich wusste... Der Typ wirkte schon so, so, so. Hau dich hin. Nimm dir Platz. Boah. So. Ein Mann, der so gut kämpft wie du, kann es sich doch erlauben, gutgläubig zu sein. Rede. Oder du endest genauso wie deine Freunde. Das wird nicht nötig sein. Zwischen den Dünen, südöstlich von hier, ist das Lager, wo die falschen Mumien hergestellt werden. Ich schätze, du willst jetzt dorthin und es zerstören. Besser das Lager, als dein Kopf. Ja. Renn. Und schon wieder zu dem Lager. Es wird mir gnädig sein, wenn ich diese Werkstatt zerstöre. So war Re lebt. So eine Schande. Ja. Aber waren wir nicht in diesem Lager schon? Hm. Mal gucken. Ach komm, ich habe nur ein Sandhügel. Und schon wieder in das Lager. Ich komme nicht. Wir kommen immer wieder hier hin. Oh. 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 Uh.